Wald wird zu CO2-Quelle. Ist das der Kipppunkt? Politik im Tiefschlaf. Unfassbar. Der deutsche Wald, unsere grüne Lunge und eigentlich der größte Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel gibt plötzlich CO2 ab, statt es zu schlucken. Der Wald brennt. Nicht nur durch Feuer, sondern auch durch die erschreckende CO2-Bilanz. Die Zahlen sind alarmierend, die Lage kritisch. Und was sagen unsere Politiker dazu? Nichts. Während unser Wald stirbt und die Klimaziele davon schwimmen, bleibt es aus Berlin still wie im finstersten Forst. Keine Notbremse, kein Kurswechsel, kein Plan. Die Regierung schaut zu, wie der Wald, den sie selbst als Klimaretter fest eingeplant hat, vom Helfer zur CO2-Schleuder wird. Es ist wie ein Flugzeug ohne Piloten. Und wir steuern auf den Crash zu. Wie kann das sein? Jahrelang hat die Bundesregierung auf den Wald als natürlichen CO2-Speicher gesetzt. Aber jetzt, wo er das Gegenteil tut, gibt es keine Antwort. Die Politiker reden weiter von Klimazielen, von ambitionierten Plänen. Doch die Realität sieht anders aus. Dürren, Schädlinge, Stürme. Unser Wald stirbt schneller, als sie ein Papier unterzeichnen können. Die Schreckensmeldung ist da. Doch kein Wort darüber, dass der Kurs geändert werden soll. Ein Kipppunkt droht. Und die Politiker verstecken sich. Fakt ist, ohne die CO2-Speicherung des Waldes sind die deutschen Klimaziele nur noch eine leere Worthülse. Aber davon scheint in Berlin niemand etwas wissen zu wollen. Nur den Plan, Klimaaktivisten ins Gefängnis zu sperren, verfolgen sie unbeirrt. Untertitelung des ZDF,